2-2. Letzter Durchgang. 2-2. Hier steht kein was anderes. 2-2 steht. Danach, wenn das vorbei ist, gehen wir in den Wald. Wir mal in den Wald abhören, das erkläre ich. Danach, zwei Jungs. Ihr zwei, ihr dürft mit uns mitkommen, wenn ihr wollt. Das ist eure Entscheidung. Okay? Danke. 7-1 bereit! 1-2 bereit! 1-2 bereit! Schön Ball! Vorwärts! Vorwärts! Jetzt Busch! 2-2 bereit! 2-2 bereit! Schön Ball! Vorwärts! Vorwärts! Du schwimmst ja schon! Nein, doch nicht!